So, ein Abre, eine Habitat, den nehmen wir mal mit. Und deswegen erzählst du schon was Kurioses. Das ist ja jetzt dieses Valentinstag-Event, ja Himmel wäre. Und vorher war ja nix los, die Woche davor. Und bei mir waren es 10 Grad und Sonnenschein. Und jetzt, wo was los ist, wo man mehr spielen möchte, schneit es auf einmal. Hat angefangen diese Nacht zu schneien. Und es schneit immer noch ein bisschen. Und jetzt liegt ein bisschen Schnee, nicht wirklich viel, aber finde ich trotzdem ein bisschen kurios. Und Abre wurde gefangen, ja. Das ist schon, das verschickt mir ja, komm, das Habertag nehmen wir auch mal mit. Schon sehr kurios. Aber, was soll's, ich mag Schnee. Ist zwar manchmal ein bisschen unangenehm kalt, aber es macht trotzdem Spaß im Schnee rumzulaufen. Natürlich ist es auch schön bei 10 Grad und Sonnenschein rumzulaufen. Auch gutes Wetter. Also mir macht es sich aus, aber ich wollte es mir mal gesagt haben. Und Habertag aber auch gefangen, aber das können wir direkt, glaube ich, verschicken. Das ist für die Tonne. So, nehmen wir mal die beiden Pokémos mal mit. Dann können wir auch was zu den Eiern sagen. Ich hab bestimmt noch Eier, die alt sind, weil die haben ja jetzt viel Eier runtergeschraubt von den Kilometern. Dass jetzt Pokémon die 10 Kilometer waren, sind jetzt 5. Und Pokémon die, äh, 5 sind jetzt 2. Deswegen nicht wundern, scheiße ausgebrochen, wenn ich noch ein paar alte Eier hab. Wenn die nochmal dazwischen kommen, weil ich weiß ja nicht welche von wann sind. Okay. Der Superbar war schlecht geworfen. Und der auch. Oh, ich kann ihn nicht mehr treffen. Oh shit. Okay. Pummeluf. 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 Ja, okay. Der Reiche Pokéball sollte reichen, wenn ich den treffe. Ich komme zwei drüber. Oh, das ist schlecht. Egal, egal. Egal. Pummeluf. Wurde. Gefangen. Okay, das ist gut. Hab das ja letztens im letzten Video entwickelt. Jetzt sagen mich erstmal wieder Bonbons. Hoffe ich ein gutes finde. Und dann entwickel ich das nochmal. Mit einer guten Attacke. So, erstmal das O-Rei mitnehmen. Hier. Das ist wichtiger. Okay, 350. Kann man dann verschicken. Denke ich mal, wenn ich das treffe. Dann das Schlorp und dann das Paras. Und der Rest, der bleibt liegen. Ja, zum Glück ist das Event jetzt. Jetzt habe ich wieder mehr Punkte, die ich kriegen kann. Jetzt wieder mehr Pokémon fange. Verschicken. Da muss ich natürlich auch fleißig Bonbons sammeln. Wie gesagt, das letzte Schlorp mitnehmen. Und... Oh, Simon. Komm, nochmal. Ich will nicht wieder die Bälle, die im letzten Video für das Schlorp werfen. Da habe ich ja ordentlich viele Bälle verworfen für Schlorp. Ja. Egal. Ich habe auch nicht nur so viele Pokébälle. Die gehen irgendwie aus bei den schwachen Pokémon. Das habe ich. Hyperstrahl. Bewertung. Kann ich verschicken. Jetzt hängt das irgendwie gerade ein bisschen. Okay, verschicken. Handy hat irgendwie gerade gehangen. Weg mit dir. Ja. Wie gesagt, das Paras noch. Und dann... Mal gucken. Okay. Letzte Pokéball. Mal gucken. Ich treffe nicht. Aber ich muss halt super beispielsweise verwenden. Egal. Ist halt so. Nehmen wir dich mit. Nehmen wir dich mit. Ja. Da sind aber Pokéstopps. Wie sage ich eigentlich ohne euch ein. Ist ja nichts spannendes da. Was da passieren könnte. Und die Pokémon habe ich ja schon hier alle mitgenommen. Okay. Verschicken. Ja. Oh. 612 Baumonks. Pumelufnest während des Events? Fragezeichen. Ich schlag bis zu den... Oh. 57. Weil an der gleichen Stelle. Das war ja... Am letzten Mal hier war auch ein Pumeluf. Großartig getroffen. Okay. Also eventuell ein Pumelufnest. Okay. Seltsam. Boah. Es ist nur wie ein Event hier. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Den verschicken wir aber auf jeden Fall. Tschüss. So. Ein 2km Ei. Was ist drin? Irgendwas Gutes? Oder nicht? Pfff. Horn you. Kann ich direkt verschicken. So. Mein nächstes Mal. 50 Meter Eis fertig. Was ist drin? Was ist drin? Irgendwas Gutes? Boah. Rehorn. Okay. Boah. Okay. So. So. Du bist drin. So. Du bist drin. So. So. So.